Teilweise Erwerbsminderungsrente erhalte ich auch die Energiepreispauschale für Rentner ausgezahlt. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe wieder eine Anfrage zum Thema Energiepreispauschale für Rentner erhalten. Ich gucke jetzt gerade mal auf meinen Bildschirm und da steht geschrieben, ich erhalte die teilweise Erwerbsminderungsrente und beziehe aufstockend Hartz-IV-Leistungen. Bin seit Ewigkeiten krankgeschrieben, erhalte ich trotzdem die Energiepreispauschale von 300 Euro für den Monat Dezember 2022 auf mein Konto überwiesen. Ja, Sie werden die 300 Euro Energiepreispauschale auf Ihr Konto überwiesen bekommen, aber nur unter der Voraussetzung, dass Sie ab dem oder am Stichtag 1.12.2022 eine Rente wegen Erwerbsminderung bezogen haben, ob das eine volle oder eine teilweise Erwerbsminderungsrente war, ist völlig egal. Hauptsache eine Rentenleistung wurde ausgezahlt oder wird ausgezahlt. Und zum Zweiten, Sie müssen Ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Dann wird Ihnen als gesetzlicher Rentner, dazu zählen auch die Renten wegen Erwerbsminderung, die Energiepreispauschale eigentlich am 7.12.2022 Auszahltermin ausgezahlt. Wenn das noch nicht der Fall gewesen sein sollte, können Sie ab Januar 2023 mit einer zweiten Auszahlungswelle die Zahlung dieser 300 Euro auf Ihr Konto erwarten. Ansonsten, wenn das Geld immer noch nicht kommen sollte, müssen Sie bitte ab dem 9. Januar 2023 bis zum 30.06.2023 einen Antrag auf Zahlung der 300 Euro Energiepreispauschale bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaftbahnsee in Bochum stellen. Im Übrigen wären die 300 Euro Energiepreispauschale nicht auf die Hartz-IV-Leistungen angerechnet oder verrechnet, denn hier gibt es ein entsprechendes Anrechnungsverbot. Das wissen auch die Jobcenter oder die Grundsicherungsämter. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel thöne